Hallo und herzlich willkommen zu FC TV. Guten Abend. Das Medienteam war heute fleißig. Auch die Baumeister, wir haben mal die Kamera drauf gehalten. Wir bauen ein Haus, wo wir Kräuter, Limonade und Essen verkaufen. Also wir bauen jetzt noch die zwei Wände zu Ende und dann noch hinten und oben das Dach. Wir bauen einen Limonadenstand mit Glücksrad und ja, unsere Idee ist es, einfach Getränke zu verkaufen und halt noch Glücksrad. Wir bauen hier, weil das noch offen ist, sollen wir dann auch hier Holzplatten davor wie hier und noch Regale, damit wir da auch das ganze Essen rufstellen können. Weil ja auch manche, die zum Stadtfest kommen, natürlich was essen wollen. Jetzt kommen wir zu den Erfindern. Dach der Kerl ist das Helixlos. Dach der Kerl ist das... Oh, das lief ja nicht so gut. Aber ist nicht schlimm. Wir haben ja noch ein paar Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Was baut ihr gerade? Eine Haus, ja. Was erfindet ihr gerade so? Wir machen gerade so mit Wassertechnik. Schön. Was macht euch am meisten Spaß? Bauen. Bauen. Bauen, auf jeden Fall. Wollt ihr das jetzt mal kurz vorzeigen? Zur Kultur. Wir haben jetzt ein neues Lied. Zu... Jetzt kommen wir zum Wetter. Morgen werden es 98 Grad. Bei streitendem Sonnenschein? Oh, es ist viel zu heiß hier. Hä? Hä? Wo ist sie denn hin? Oh nee, die ist schon wieder geschmolzen. Ich muss sie schon wieder aufheben. Nur, dass sie es wisst, sie schmilzt oft. Und ich muss sie jetzt wieder ins Gefrierfach stecken. Besser, wir hören jetzt auf. Bye, bye. Oh, wo bist du denn? Komm her jetzt. Bis zum nächsten Mal.